Jetzt ist der LCD-Controller für das Notebook-Display angekommen. Kommt aus China, war relativ schnell da. Und hiermit kann man dann das Display als externen Monitor nutzen. Ja, das ist also der Controller und dann haben wir hier die Bedienelemente, die man auch vom Bildschirm her kennt, also nichts anderes. Und dann haben wir hier das Kabel, welches dann zum LCD an sich geht. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Als Anschlüsse gibt es hier die bekannten Eingänge, VGA, DVI, HDMI und einen 12V Anschluss sowie Audio. Genau. Und dann haben wir hier noch den, was du jetzt mit DIP meinst, weiß ich auch nicht. Und da ist dann eben der Controller anzutreffen. Ja, ich habe bereits so eine Geschichte hier in Verwendung für ein anderes Display. Okay. Das habe ich hier. Das stammt auch aus einem alten Notebook. Das Teil löst allerdings dann nur mit 1280x800 Pixeln auf. Das steht auch hier drauf. Und das ist eben der Controller für dieses Panel. Und hier gibt es noch so ein separates Modul für die Hintergrundbeleuchtung, was dieses Controllerboard jetzt nicht mehr hat. Vielleicht besitzt das Panel ja schon LED-Hintergrundbeleuchtung und keine Kaltlichtkartonröhren mehr. Ja, das ist nämlich hier noch das Vorschaltgerät, welches eben aus den 12V dann die, ich weiß jetzt nicht wie hoch das dann letztendlich ausfällt, aber dann die Hochspannung generiert. Auch hier wieder die Bedienelemente. Ja, der hat hier keinen HDMI-Eingang. Genau, lege ich das mal auf Seite. Und dann schließe ich das nämlich hier nochmal kurz an. Ja, ich habe jetzt mal meine Xbox 360 an das Display angeschlossen und funktioniert einwandfrei. Ja, ich spiele jetzt hier auf Forza Reus und ich kann euch sagen, die Musik ist einfach göttlich. Ich liebe sie über alles. Die Musik aus dem zweiten Teil, den ich auch habe, für die Xbox 360, kein Unfall bauen, ist es nicht so gut wie die aus dem ersten Teil. Ja, finde ich schade, aber naja, ich habe es halt trotzdem. Und das Audio kommt übrigens direkt auch von dem Controllerboard, wird über HDMI eingespeist. Ups. Also, das Teil besitzt offenbar auch einen Digital- zu Analog-Konverter für die HDMI-Schnittstelle. Ich habe mich gerade damit abgemüht, die Sprache des LCD-Menüs, ja, also von dem Controller, umzustellen, weil das war erst auf Chinesisch alles eingestellt. Und da musste ich dann erstmal tatsächlich mit dem Handy, mit dem Google-Übersetzer per Kamera das übersetzen lassen, um dann den Menüpunkt für die Sprache erstmal zu finden. Ja, jetzt habe ich es auf Englisch nämlich umgestellt. Auch wenn ich hier so schön fahre und manchmal Unfälle baue, weil ich ein bisschen abgelenkt bin, wenn ich spreche, zeige ich euch das Menü doch nochmal ganz kurz. Und zwar, das Menü lässt sich dann hierüber aufrufen und hier kann man dann ja ein paar Sachen einstellen. Ja gut, schließt sich auch recht schnell wieder. Ja, hier Brightness, Contrast, Gamma und dann kann man auch hier zur Farbe was einstellen. Horizontal Transparency zum OSD, ah hier, da wäre sie gewesen. Die OSD Timeout. Ja, Moment. Machen wir die nämlich mal ein bisschen, ja, ein bisschen länger, bis der sich deaktiviert. Moment. Moment. Und hier haben wir dann auch den Menüpunkt Language. Den hatte ich nämlich erst gesucht. Was die mit Mute meinen, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht kann man dort hier die Lautsprecherbuchse, also die Audiobuchse stumm schalten. Hier kann man auch nochmal die Inputwahl manuell festlegen. Okay, HDMI ist klar. Und da bezieht er dann auch sein Audio drüber. Na, hier ist das Menü. Genau. DCR nochmal gucken, was die damit meinen. Da weiß ich jetzt auch nicht, da lasse ich auch lieber die Finger von. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze automatisch zu konfigurieren. Mit der Taste passiert jetzt aber nichts. Achso, und ich kann natürlich auch noch hier die Lautstärke manuell einstellen. Ja, schon nicht schlecht. Also das Bild, hat man ja vorhin gesehen, löst mit 720p auf und hier 59 Hertz. Das ist auch alles schick. Läuft flüssig. Ja, das Display unterstützt selbst 1366x768 Bildpunkte. Nur kann ich das, ja, also die Xbox unterstützt diese Auflösung nicht. Und wenn ich Full-HD einstelle, das kann man ja mal spaßeshalber machen, wenn das jetzt noch geht. Voreinstellungen. Ah, da müsste ich wahrscheinlich das Spiel erstmal beenden. Systemeinstellungen, da wäre es gewesen. Ja, erstmal beenden, dass ich die Auflösung umstellen kann. Da ist mir nämlich was aufgefallen. So, Konsoleneinstellungen, Anzeige, 1080p. Das unterstützt der auch. So. Ah, jetzt funktioniert es offenbar. Okay. Nun habe ich meinen Mini-PC über DVI an das LCD angeschlossen und die testufo.com-Seite geöffnet, welche einen interessanten Test mit UFOs enthält, wo man sich dann anschauen kann, ob der Bildschirm schliert und auch ob der Bildschirm überhaupt die hohe Framerate, die angegeben ist, handeln kann. Das schauen wir uns jetzt nämlich nochmal kurz an. Was die Bildwiederholfrequenz angeht, so dürfte das Display und der Controller 60Hz auch tatsächlich unterstützen. Auffallend bei 60Hz sind aber dann die Schlieren, die das obere UFO hinter sich herzieht. Ja, das dürfte aber auf das LCD zurückzuführen sein. Im Menü des LCDs lässt sich eine sogenannte Brightness einstellen, die irgendwas mit Helligkeit zu tun haben dürfte. Aber seht mal selbst. Jetzt ist der Menüpunkt natürlich wieder weg. Wenn ich die jetzt verstelle, was dann passiert? Sieht ja nicht so rosig aus, ne? Also die funktioniert definitiv nicht so, wie man das normalerweise erwarten würde, wenn man jetzt noch den Laptop mit dem LCD vor sich gehabt hätte und dort dann die Helligkeit hochgeschraubt hätte. Das sieht dann natürlich schon ganz anders aus dann. Und was die Stromversorgung des Controllers mit seinem LCD-Panel angeht, so reicht ein 12-Volt-Netzteil mit einer Stromstärke von einem Ampere locker aus. Der hohe Stecker des Netzteils sollte 5,5mm außen und 2,1mm innen messen. Also die Rede ist vom Durchmesser. Schon fast vergessen, aber so komme ich dann auch auf meine 10 Minuten. Wenn ihr auch auf der Suche nach so einem Controller sein solltet für einen aus einem defekten Laptop ausgebauten Bildschirm, dann müsst ihr die entsprechende Modellnummer ausfindig machen. Und zwar steht diese in der Regel auf einem Aufkleber auf der Rückseite des LCDs mit drauf. Und zwar hier unter Model Number zu finden. B156XW02 Das war nur der Controller, nicht wundern. Die müsst ihr dann bei Google eingeben mit dem Stichwort Controller oder LCD-Controller. Und dann findet ihr bei eBay auch diverse Angebote, so zwischen 10 bis 20 Euro. Und das funktioniert dann in der Regel auch, wie ihr das ja jetzt hier in dem Video auch gesehen hattet. Macht's gut und schön gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal.